Naja, ist halt hier ein bisschen engner, ein bisschen gefährlich. So, komm Kurt, wir gehen wieder weiter, komm Kurt, wir gehen weiter, Kurt, komm, wir gehen wieder zurück. Komm Kurt, oh, ich muss mich erst wieder an Schießen gewöhnen, komm, wir gehen wieder zurück Kurt, ah, ich geh dahinter, okay, ich geh mal nach, ich geh mal nach, oh, wir gehen mal dahinter, Kurt beschützen, oh, geh weg, so, geh mal da rüber, ach, da kommt man da wieder raus, ah, sehr schön, okay, time left 138. Ja, Kurt ist schon gelb, Boss im Anmarsch, oh, wo ist denn der Boss, where is the Boss, da hinten ist der Boss, okay, Kurt Remlinger, 24.700 leben, okay. Ich habe aus 16.081 Kills, wieso so wenig, zählt der nicht? Kann nicht sein, dass der nicht zählt, ich muss mal aufpassen hier. So, ladies and gentlemen, herzlich willkommen hier bei Zombie Attack, hier in Roblox. hier in Roblox spielen, was schmeißt er denn, eh, oh, voll auf den Kurt, pfui, 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 pfui. Er hat voll auf mich geschmissen, pfui. Pfui, pfui, he he he, daneben... Dideideideide... Und dann geht er dahin? Jawohl... der geht voll auf dem anderen drauf tatsächlich jetzt gezählt 10 82 jetzt kommen die anderen wieder da ist gut ich schreibe mal heiko heiko so ich will mal eine granate schmeißen ich weiß nicht ich habe schon lange keine granate möglich müssen da sind weise sand monster knoxi knoxi da ist gut ich will ihn beschützen so ich würde dich beschützen ich bin dein leib beschütze jeder kommt wird abgeschlossen hier schon mal in die ecke schießen vorsichtshalber wird gut geschützt so gucken schauen kommt doch keiner da ist ein pferd fliegendes pferd ich habe nicht aufgepasst ich muss mir aufpassen von der anderen engen da hinten das kann gefährlich waren kann er nicht beschützen wenn da zu viele kommen ich bin so draußen aus dem spiel ok von 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 ton her ein bisschen komisch das spiel ich habe das anders in erinnerung ich stelle mich ein bisschen hierher dann hat man eine gute übersicht da kommt einer weg so ist er viel besser ok so jetzt ist er wieder voll grün ich bin mir nicht winken 15 das ist die welle wenn natürlich der oberboss kommt dann hat er hat er kurt remlinger verloren so ich werde ihn beschützen hier schön rausgehen damit ich gleich sehe wer kommt so die komische wieder so mal auf probeschießen so in die richtung mal die richtung schießen so wow ich kann hier auch so schießen das gibt es ja gar nicht oder ist musst du bloß warten du haha ok warte mal kann ich kann ich da ein beschließen ok ich beschütze kurd so irgendwann kommen sie wieder die bösen welle bestanden ist sehr schön Welle bestanden Wo ist er denn jetzt Hinterkurt? Ist weg Ist weggegangen Okay, jetzt schauen wir mal Gehen wir mal hier her So Oh, der hat aber Leben Die alte, ich sage immer der Mit dem Hinterhergelaufen Okay Okay, jetzt gehen wir mal wo die anderen sind Wo sind die denn alle? Warum bist du ruhig? Äh, wo sind die denn? Aha, die sind da hinten Oh, jetzt kommen sie alle zu mir Hier sind alle meine Hier, komm zu Papa Okay, das ist ja so